Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige in diesem Video, wie ich die Benutzeroberfläche eines Raspberry Pi auf einem Windows PC abbilde. Habe ich das ganze erst mal eingerichtet, so muss ich an mein Raspberry Pi keine Tastatur und keine Maus mehr anschließen, denn ich nutze dann ja die Maus und die Tastatur meines Windows PCs, um auf diese Benutzerfläche zuzugreifen. Das Ganze wird dann also so laufen, dass ich auf meinem Windows PC ein Fenster öffne. In diesem Fenster kann ich auf den Raspberry Pi und dessen Benutzeroberfläche zugreifen und ich kann weiterhin alle weiteren Anwendungen auf meinem Windows PC ausführen. Einen solchen Zugriff nennt man Virtual Network Computing, VNC und genau die Einrichtung davon werde ich nun zeigen. Es wird dann so sein, dass die Aktionen, die ich an meiner Windows Tastatur und der Maus durchführe, an den Raspberry Pi übermittelt werden. Der verändert nun seine Benutzeroberfläche, da er ja nun darauf reagiert. Und genau das Bild dieser Benutzeroberfläche wird nun auf meinem Windows PC wieder sichtbar sein. Was hierbei nicht möglich ist, ist, dass der Sound, der hier vom Raspberry Pi abgreifbar ist, auf diesem PC abgebildet wird, sondern diesen Sound kann ich nur direkt an der entsprechenden Schnittstelle meines Raspberry Pis abgreifen. Mein Raspberry Pi ist in diesem Szenario der sogenannte Server. Das heißt, ich muss den Raspberry Pi als Server einrichten und mein Windows PC ist der sogenannte Client in diesem Szenario. Um VNC auf dem Raspberry Pi zu aktivieren, ihn also als Server zur Verfügung zu stellen, muss ich nur einige einfache Einstellungen vornehmen. Ich gehe hier oben auf das Raspberry Pi Symbol, gehe auf Einstellungen, dort auf Raspberry Pi Konfiguration, dann öffnet sich dieses Fenster und ich muss an dieser Stelle nur VNC aktivieren. Und damit ist der Raspberry Pi auf diese Aufgabe vorbereitet. Auf dem Windows PC ist der Aufwand etwas höher. Ich muss hier mit einer VNC Software arbeiten. Unter dem Betriebssystem Raspberry Pi OS Bookworm wird hier Tiger VNC empfohlen. Bei älteren Betriebssystem von Raspberry wurde mit Real VNC gearbeitet. Ich muss nun also hergehen und diese Software Tiger VNC von dieser Seite herunterladen. Das kann ich ja durch eine entsprechende Suche auf Google finden. Und auf meinem PC über die sogenannte EXE-Datei, die auf einem Windows-Rechner ausgeführt werden kann, installieren. Ist das ganze geschehen, so starte ich Tiger VNC auf meinem Windows PC. Es öffnet sich dieses Fenster. Dort gebe ich die IP-Adresse meines Raspberry Pi ein und klicke anschließend auf Verbinden. Es wird dann dieses Fenster geöffnet. Das bestätige ich einfach mit Ja und nun muss ich mich autorisieren. Das heißt, ich gebe den Benutzernamen und das Passwort, das ich für mein Raspberry Pi bei dessen Installation eingerichtet habe, hier ein. Wie komme ich aber nun an diese IP-Adresse, die mein Raspberry Pi in meinem Netzwerk hat? Das geht einerseits dadurch, dass ich, wenn ich einen direkten Zugriff auf mein Raspberry Pi habe, hier auf das WLAN-Symbol gehe, dann wird mir an dieser Stelle die IP-Adresse angezeigt. Das ist nun aber hier nicht möglich, da ich ja diese Verbindung erst herstellen möchte. Es gibt eine Menge Wege, um diese IP-Adresse herauszufinden. Ein Weg ist der, dass man auf dem Router, bei mir ist das eine Fritzbox, sich diese IP-Adresse heraussucht. Die ist dort dem Raspberry Pi bzw. dem Namen, den ich dem Raspberry Pi gegeben habe, zugeordnet. Ich kann dann auf meiner Fritzbox aber auch dafür sorgen, dass es immer die gleiche IP-Adresse sein wird, die meinem Raspberry zugeordnet wird, so dass ich dann an dieser Stelle immer die gleiche Adresse eingeben kann. Ja, das war es auch schon zur Einrichtung dieses Fernzugriffs auf mein Raspberry Pi. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.